Musik 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 お願いします Musik Musik Und gerade wenn man noch aktiv als Wettkämpfer unterwegs ist, lohnt sich das natürlich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade bei seinem Interview, bei Go to Point in unserem Kampf, die Augen geöffnet, wo er sagte, er ist wieder Schüler. Das ist so wichtig, wenn du kämpfen willst. Du kannst nicht Gold und Kämpfer sein. Das geht tief. So, Fati Balschi mit den schwarzen Handschuhen, mit der blauen Hose. Sebastian Baron, erkennbar mit dem Bart und den gelben Handschuhen. Da geht es direkt zur Sache. Sebastian mit der rechten, aber Fati an oder mit der linken? Fati trifft hart. Fati trifft hart zum Kick. Baron, Baron klammert nochmal, rettet sich an die Beine. Baron rettet sich in die Gag, aber nein. Ende des Kampfes. Der Kampfrichter bricht ab. Baron, den vierten angeschlagen. Baron, den vierten angeschlagen. Fati Balschi geht kompromisslos nach vorne und fackelt da nicht lange. Sobald er ihn am Boden hat, gibt es Ground and Pound vom allerfeindsten mit Hammerfäusten zum Kopf. Der Kampfrichter hat das Richtige getan. Er hat an der Stelle abgebrochen, wo Sebastian sich nicht mehr ordentlich verteidigt hat. Ich glaube, er sieht es ein bisschen anders. Er hat noch die Hoffnung gehabt, das in der Garten noch einigermaßen zu schaukeln. Er ist hart, was das Neben angeht, auch in der Garte. Er fängt viele Sachen tatsächlich auch mit dem Kopf ab. Hammer, Melfi, Respekt. Von beiden Kämpfern. Schöne sportliche Szene. Die Enke von Baron mault ein wenig, weil er das Cut nicht zumachen lässt. Ja. Der Doktor soll den Cut zumachen. Völlig richtig von Alexander. Er war abzubrechen, er war oben angenockt und hat unten die Dinger noch eingefangen. Aber hier hat die Sicherheit der Kämpfer Priorität und da muss man sich halt auch immer erst um diese Verletzung kümmern, bevor da irgendwie hier das große Händeschütteln und Respektverbeugen losgeht. Ja, ist ganz richtig. Aber wie gesagt, als Kämpfer sieht man das anders, wenn man gerade noch voller Adrenalin ist. Ja. Da müsste man gar nicht abbrechen, gerne. Ja, dominante, dominante Kampfleistung von Fatibalschi. Wo die ersten Schlagabtausche der Baron auch noch schön mitgehalten hat, guckst du, ne? Ja. War das Spinnigfaust? Ja, guck mal, er war natürlich angeklingelt und dann die Dinger am Boden, dann direkt maschinengewehrartig abgefeuert. Ich hab mich am Anfang gefragt, was das AK1 auf seinem T-Shirt heißt. Das weiß ich. Beim Fadi, also AK1 scheint ein anderes Maschinengewehr mit der Faust zu sein. Er hat es ja richtig gemacht, er hat sich ausgenutzt. Ein fürchtetes, ein fürchtetes Modell. Eiskalt umgesetzt. Ja. Vollkommen korrekt. Und hier das Urteil. Sieger durch TKO der ersten Runde, die schwarze Ecke, Fatibalschi. Applaus, meine Damen und Herren, für beide Athleten. Rund ewig. Rund ewig. Sieger durch Tjektiv frkk.